Das ist die klinische Situation. Kann man erkennen, ne? Präoperatives Bild. Unterkiefer. Das ist nicht ganz so geil, der Scan. Ich hatte hier ein paar Probleme distal. Oberkiefer mit Scanschablone. Die Biss-Situation. Hier ist das Modell, glaube ich, schon gematcht, ne? Postoperatives Bild. Hier war der Pfosten nicht ganz unten. Den haben wir natürlich nochmal nachgedreht. Postoperativer Scan. Hier kann man die Scan-Body sehen. Wir haben gestern das Provisorium eingesetzt. Das war die Ausgangssituation vorher. Der Patient hat dem Oberkiefer mit Teleskopprothese den Gaumen bedeckt. Das ist jetzt das Bild direkt nach dem Einsetzen. Und ihr seht jetzt noch bewegte Bilder. Einmal aufmachen. Einmal zubeißen. Einmal aufmachen. Einmal zubeißen. Warte, 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 warte. Norman Berg von Sirona, Denspley. Und Thomas Pieler von Kamlock. Vielen, vielen Dank. Mein Praxislabor. Herr Weichenich, Herr Hayam, super Arbeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt aber. Tschüss.